In der Kurve 3, in der ganz langen, hoch zu dem Pirelli-Schild, fällt einfach früher in den siebten, das macht das so viel besser. Einfach bevor man bei sechs in Drehzahl begrenzt, als wenn man den ersten Punkt zieht, einfach einen hoch, die erste LED. Ruffi, denk dran, es sind Einsitzer, Constanze kann nicht mitfahren.